einen wunderschönen guten tag so weiter geht's türe schließen was kann einschalten so Das werden wir heute natürlich nicht schaffen. Alles zu pressen. Ja, das lief jetzt richtig gut. Ich würde meinen, ja, läuft doch. Oh. Oh. Oh, da bin ich doch zu weit vorgefahren diesmal. Naja, gut. Aber es ist so ein ganz schlimmes Malheur wie hier. Aber das kriegen wir dann schon hin. Und wie man den Kontostand sieht, ich habe ähm... Ich habe den Ladewagen jetzt verkauft. Wird 88.000 Euro eingebracht und noch ein paar zerquetschte. Wird 80.000 Euro eingebracht. Oh, da geht es nicht. Aber es geht voran. Aber es geht doch schon mal voran. Das ist doch schön. Das könnten sogar doch schon zu viele Ballen sein. Und ich hatte am Anfang Angst, dass es... dass ich nicht über diesen Saum komme. Oh. Das war zu viel ausgeholt. Weil... Leine jetzt schon in der Zeit habe ich eigentlich schon wieder ganz schön... ein paar Ballen geschaffen. Ein paar Ballen geschaffen. Das war's im Kucker. Das war's im Kucker. Ja. Da sieht man ja nicht, wie voll das Anbau... Also da die Beinpresse ist. Das ist natürlich echt schade. Also da könnte man nicht komplett ohne Hutt fahren. Aber ich spiele halt auch nicht mit Dashboard oder sowas. Ich glaube, da drüber sieht man das ja dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, jetzt weiter im Text. Ja, da kommen noch gut Ballen runter. Da werden wir bestimmt noch eineinhalb Folge brauchen, wo ich denke, dass ich das dann einfach fertig mache. Weil, äh, da wird das auch zu viel. Ich meine, klar, wir wissen alle, das ist der LS, das ist der Landwirtschaftskimulator. Das ist, dass es da halt von mehreren Sachen mal mehrere Folgen geben kann. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Wir sind halt immer noch nur bei Folgen und kein Livestream. Ein Livestream wäre es was anderes. Aber dadurch, dass wir dann doch, ähm, in der Let's Play-Fälle sind... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Jetzt fangen wir da an, wo wir angefangen haben, mit Dreschen. Ach so, ich hatte hier sauber angefangen, ich habe hier in die Mitte Vetter gefangen, sie sind, siehst du, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, aber ist auch nicht schlimm. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020